2017 war wieder ein wirklich erfolgreiches Jahr. Mit 11,6 Milliarden Fördervolumen haben wir erneut die Herausgabe steigern können. Förderung lohnt sich in Nordrhein-Westfalen und kommt gut an. Aber Förderung ist mehr als Kredite herauszureichen. Wir fordern Beratung, wir fordern Eigenkapitalfinanzierung, wir haben die passende Förderung für jeden Anlass in Nordrhein-Westfalen.